Und ein Moinsen zu diesem Vorberichtstalk zu unserem Auswärtsspiel in Augsburg. Freitagabend, wie schon letztes Jahr und auch wie letztes Jahr, letzte Saison ist der gute Dennis mit mir am Start. Moin. Servus miteinander, schön, dass ich wieder am Start bin. Denn ja, dieses Jahr bist du unter anderen Voraussetzungen wie letztes Jahr, ihr auf Champions League Niveau unterwegs, wir auch im Mittelfeld der Ligaklassen halt geschafft. Trotzdem geht es für beide noch um was und ich freue mich auf den Talk und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Genau, letztes Jahr war es wirklich bockharter Abstiegskampf, absolut. Und auch da schon, wie letztes Jahr auch schon, dieses Jahr auch wieder so, bei dir natürlich der VfB-Fokus auf dem Kanal. Gerne zu ihm rüber gehen, dann auch ab oder lassen, Video schauen, da der VfB-Fokus ist natürlich der Fokus auf den FCA. Da wissen wir natürlich nicht so viel drüber wie über unseren VfB. Aktuell Neunter, aktuell ein bisschen eine schlechtere Phase oder eine schwächere Phase, letzten vier, fünf, sechs Spiele. Aber wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an. Wie geht man so als Augsburg in die Saison? Was ist so die Erwartungshaltung und inwieweit wurde die jetzt mit Platz neun Stand jetzt übertroffen? Ja, also da muss man natürlich weit zurückholen. Wir haben ja auch mit Enrico Maaßen die Saison begonnen. Da lief es ja zum Ende vom letzten Jahr nicht mehr so gut. Man hat schon ein bisschen gemerkt, dass da keine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Dann hat man es aber noch probiert. Dann, ja, ist war schwierig reingekommen. Es war gleich Pokal aus gegen Unterhaching. Das ist ja schon mal ein Desaster, weil das ja auch regional ein spannendes Spiel ist. Und dann hat man einfach auch schwache Spiele gezeigt. Und dann hat man den Trainer gewechselt mit Jujews Thorup. Der ist ja bei euch auch mal ein Gerücht gewesen. Ein sehr, sehr charismatischer Mann, der auf jeden Fall den Verein nochmal auf Achse gestellt hat. Hat dann erstmal mit Siegen auch angefangen. Und im Großen und Ganzen war das Ziel vom FCA dieses Jahr hinten heraus nicht so einen Abstiegskampf zu tun zu haben. Das darf man nicht vergessen. Wo die Ergebnisse kamen, wurden dann natürlich auch die Träumereien größer, weil man in diesem Kampf um Platz 7, 8 einfach immer noch auch mit drin ist. Und natürlich hat man sich da jetzt ein bisschen was auch erhofft in den letzten Spielen. Aber die Ergebnisse, wie du gesagt hast, waren da nicht so gut. Um jetzt zu sagen, wir wollen europäisch spielen. Stand jetzt muss ich aber sagen, sieht man das Große und Ganze. Hat der FC Augsburg auf jeden Fall sein Ziel erreicht, mehr ins Mittelfeld der Liga zu rücken. Mittelfristig will man sich da auch stabilisieren. Und ja, Abstiegskampf ist schon mal ade. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr erfreulich. Und das hat auf jeden Fall auch mit dem Trainer und mit der neuen Umstrukturierung auch auf dem, zum Beispiel Herr Reuter, Stefan Reuter ist jetzt auch nicht mehr im Verein tätig, zumindest nicht aktiv. Da hat man auch einen Jurendic geholt. Also da ist auf jeden Fall auch was passiert. Und es macht grundsätzlich einen deutlich besseren Eindruck alles hier beim FCA. Ja, hat sich einiges getan. Ich weiß gar nicht, wann genau waren das nochmal das Maßen? War es nicht recht schnell oder war das mit der Hinrunde? Wann war das grob? Das war, ich kann es nicht genau sagen, sechster, siebter Spieltag groben. Da hat man gegen Darmstadt ein Heimspiel verloren. Also man hat da schon relativ früh gehandelt. Da war da eine Länderspielpause. Und man hat relativ schnell gesehen, dass vor allem auch spielerisch die Mannschaft einfach sehr wenig angeboten hat. Und dann hat man ein Heimspiel gegen Darmstadt mit 60, 70 Prozent Ballbesitz für Darmstadt zu Hause verloren. Und dann war eigentlich klar, jetzt müssen wir handeln, weil die Mannschaft braucht einen neuen Impuls. Und da war einfach auch spielerisch einfach zu wenig. Ja, wie bist du dann gerade zufrieden mit dem Kader? Der Kader? Ist der für dich wettbewerbsfähig genug oder ist der für Höheres bestimmt oder spiegelt der sich auch auf Platz 9 recht gut wider? Ganz schwierige Frage. Letzten Endes ist der Kader in Augsburg schon ein spannender. Man hat aber jetzt in den letzten Wochen gesehen, wir spielen gerade Raute. Man hat zu wenig Flügelspieler auf außen, wie ihr zum Beispiel den Silas halt mal bringen könnt von der Bank. Ihr habt einen Führig, ihr habt einen Lebeling, ihr habt einen Mio, der das auch spielen kann. Fehlt es bei uns gerade in der Offensive außen und Tempo. Da könnte man im Kader was machen. Bei uns muss man fast machen, damit jetzt Toru P-Optionen hat. Aktuell spielen wir halt die Raute, die hat bei uns auch sehr gut funktioniert. Defensiv und Stabilität auch gegeben. Man ist aber sehr abhängig von Mbappu, also von unserem Flügelverteidigungs, weil sozusagen Mbappu und Iago. Und in den letzten Spielen hat Iago gefehlt und das hast du vorne und hinten gemerkt. Weil wir haben dann doch viele Flanken geschlagen. Wenn einer da wegbricht von den beiden und der Gegner kann es natürlich auch darauf einstellen, fehlt in unserem Offensivspiel gerade über außen dann so der Punch so ein bisschen. Iago wird aber wieder spielen können, so wie es ausschaut. Er trainiert wieder voll mit. Dementsprechend gibt das uns auf jeden Fall Hoffnung. Wir sind abhängig von den beiden. Und da siehst du, der Einfall in Augsburg ist ein guter Kader, aber sehr viele Zentrumspieler, gerade im Mittelfeld. Du hast gute Innenverteidiger, auch da bist du gut besetzt. Aber nächstes Jahr wirst du sowas auf Flügelverteidiger-Positionen nachlegen müssen, weil da auch die beiden wohl gehen werden. Also auch offensiv in meinen Augen musst du da einfach dem Trainer mehr Optionen geben. Aber grundsätzlich Platz 9, wenn es am Ende auch Platz 10, 11 wird, ist zufriedenstellen. Und ich glaube, das gibt irgendwo der Kader auch schon her. Der Kader ist kein schlechter Kader, es sind schon gute Jungs dabei. Ja, wir hatten das bei dir auch zum Beispiel über Demirovic gesprochen. Aber bevor wir da so ein bisschen vielleicht zu Transferthemen kommen oder sowas in die Richtung, was kann uns denn erwarten am Freitag? Wir haben ein Hinrundenspiel gehabt, das wir ziemlich dominiert haben. Ich meine, es war auch sogar Demirovic, der gesagt hat, wir hätten so hergespielt wie selbst die Bayern nicht. Also auch sehr viel Lob aus Augsburger Kreisen für das Spiel. War auch ein besonderer Abend, letztes Spiel vor der Winterpause. Was ist denn so ein besonderer Rahmen, so wie jetzt auch für euch, letztes Heimspiel der Saison, auch wieder Freitagabend, also ein Abendspiel wieder, auch das ist ein besonderer Rahmen. Aber wie tritt der FCA auf und was ist so die Gefahren für uns vielleicht? Ja, erstmal müssen wir wieder zu uns kommen. Also die letzten zwei Spiele waren mal wirklich gar nichts. Und da droht so ein bisschen, die Spieler haben uns Fans unglaublich glücklich gemacht. Wir waren sehr zufrieden, wir waren fast in einem Hype drinnen schon, haben die abgefeiert. Vielleicht war es auch ein bisschen zu viel des Guten. Dann hat man auch den Klassenerhalt geschafft und dann verlierst du. Wir sind sehr heimstark, wir sind enorm schwierig zu Hause zu schlagen gewesen. Auch gerade unter jetzt verlierst du zu Hause gegen Bremen 3-0 mit so einer Art Einstellung. Das Problem war jetzt nicht, dass du gegen Bremen verlierst, aber es war dieses FCA DNA nicht da, dieses kämpferische gegen den Ball, eklig sein. Das brauchen wir Fans und ohne das haben wir auch keine Chance, in dieser Liga konkurrenzfähig zu sein. Wir müssen Gras fressen, wie es gestern Dortmund auch gemacht hat gegen Paris. Verteidigen ist das allererste. Und ich habe das Gefühl, dass die Spieler so ein bisschen zufrieden waren und dann so kicken wollten. Haben es mit dem Ball auch gar nicht so schlecht gemacht gegen Dortmunds B-Helf, muss man auch sagen. Aber sie haben einfach defensiv nicht die Meter gemacht, die man braucht. Und dann kriegst du halt Konter und lächerliche Gegentore. Das ist momentan der Stand. Wenn wir das nicht abschalten, werden wir von euch abgeschlachtet in Augsburg. Sag ich ganz ehrlich, dann rechne ich mit einem 4-5-1. Aber es ist das letzte Heimspiel. Die Kritik ist bei den Spielern angekommen, medial etc. Sie drohen hier gerade so ein bisschen sich was kaputt zu machen, was sie sich aufgebaut haben. Es geht nicht darum, euch zu schlagen, jetzt im ersten Moment für mich. Es geht darum, wieder gegen zu halten, kämpferisch gegen eine Mannschaft, die natürlich aktuell die deutlich stärkere ist von euch. Da muss ich überhaupt nicht drüber reden. Aber im Fußball ist alles möglich und wir wollen halt sehen, dass die Mannschaft wieder kämpft, Gras frisst, beißt. Und wenn wir das auf den Platz kriegen, wie bei vielen Flutlichtspielen zu Hause, ist immer gut. Dann wird es für euch auch nicht einfach hier und dann könnte was gehen, auch wenn es enorm schwierig wird. Aber wenn wir uns so präsentieren, wie jetzt in den letzten zwei Spielen vor allem. Grundsätzlich haben wir für die letzten fünf Spielen auch nur eines gewonnen. Es war gegen Union zu Hause. Werden wir gegen euch nicht viel Land sehen. Aber ich glaube, die Jungs wissen, was es geht und sie wollen sich ja auch gut verabschieden zu Hause. Ja, also es wird ein ganz anderes Duell. Letztes Jahr war es ja teilweise schon ein bisschen krampf. Bei uns war auch schon Hoeneß da, aber natürlich nicht so ausgereift wie jetzt. Dann 1-1 am Ende des Tages bei uns End- oder Torschütze, das dann beiden so ein bisschen was weitergebracht hat. Punkt ist immer wichtig im Abschiedskampf. Beide auch in die Saison reingegangen, ganz klar mit dem Ziel, du willst halt drinbleiben. Bei uns ja auch vor der Saison die großen Abgänge und so und die große Unklarheit, Kapitänwirk und alles. Ja, da war eigentlich die Voraussetzung, bitte werde wenigstens 15. So viel mehr, das hätte ich nicht gedacht. Bei Augsburg vielleicht ein bisschen höher noch getippt, weil die Augsburg sich schon dann normalerweise zumindest mal zwei, drei Plätze höher noch sichern. Irgendwie 12, 13, 11 oder sowas, 14 in die Richtung. Aber in die Richtung mag ich mal gehen. Bei uns natürlich auch sich extrem entwickelt. Spiel wirklich einen guten Fußball. Und bei euch, wie viel ist da noch da, sage ich mal, aus dieser Abstiegskampf-DNA? Oder hat sich das auch schon entwickelt zu einer Mannschaft eben, die kämpfen kann, die defensiv gut stehen kann, die so Attribute noch hat. Aber eben, was ihr auch getan habt und immer noch tun könnt, doch auch schon ein bisschen nach Europa schielt. Und dafür muss man ja schon auch ein bisschen mehr kicken können. Ja, und da haben wir auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht, im Großen und Ganzen unter jetzt. Man hat angefangen, Fußball zu spielen. Man war auch wirklich sehr zufrieden. Man hat gerade auch Seiten öfters mal überladen. Man ist auch öfters durchgebrochen, viele Flanken geschlagen. Also man hat deutlich mehr Aktionen. Das hast du ja auch im Stimmen im Stadion gemerkt. Ja, Situationen im letzten Drittel erschaffen. Und klar, dadurch haben wir uns ja auch diese tolle Phase mal erspielt. Ich weiß gar nicht, wie viele Siege in Folge. Es waren auf jeden Fall, glaube ich, vier, fünf. Ich weiß gar nicht mal genau. Da waren wir einfach in einem Hype drin. Da hat alles geklappt. Und ja, wir haben uns in der Hinsicht entwickelt. Aber auch da waren zum Beispiel Mbappo und Jensen auf der rechten Seite. Da hast du gemerkt, die haben einfach funktioniert zusammen. Da hat sich Jensen verletzt. Also wir sind schon noch eine Mannschaft in einem Prozess. Auch der Trainer kann nicht zaubern und wichtige Spieler dann wegfallen. Das hast du in unserem Spiel gemerkt. Und ich finde es, aber ich bleibe dabei. Ich bin unglaublich zufrieden, dass wir jetzt auch deutlich besser Fußball spielen. Aber was ich in Augsburg am allerschlimmsten finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, die Jungs vergessen, um was es im Fußball dann irgendwie geht. Und wir sind immer noch der FCA. Und das haben sie diese Spiele gemacht davor, wo wir auch gewonnen haben. Wir haben die Null auch öfters gehalten auf einmal, weil du halt wegverteidigt hast. Du hast wirklich gekämpft um jeden Punkt. Und das Gefühl hatte ich halt zuletzt nicht. Das ist komisch, weil wir selber nicht verstehen, warum. Wie du sagst, man war ja in diesem Kampf um Platz 7, 8. Das könnte ja reichen für das Inter2-Geschäft. Entweder will man es nicht. Keiner versteht es mehr. Man kann nicht. Es ist ganz komisch. Es war ein ganz komischer Leistungsabfall in der Bereitschaft gegen den Ball. Fakt ist, wir sind da noch drin. Also für euch geht es ja um diesen zweiten Platz, eventuell noch die Bayern zu ärgern. Für uns geht es faktisch immer noch, möglich zumindest, um Platz 8, 7. Zu Platz 7 sind es zwei Punkte, zu Platz 8 sind es ein Punkt. Wobei ich sage, aktuell, nach den letzten Spielen, ich weiß nicht, wie der Kader nächstes Jahr ausschaut. Wir stehen auch vor einem Umbruch. Es werden uns Spieler verlassen, die gut sind und wichtig sind. Sehe ich uns da einfach nicht im internationalen Geschäft. Fakt, weil wir einfach A gegen euch erstmal. ein Dreier holen müssen, was eh schon unglaublich schwierig ist. Und dann musst du noch gegen Leverkusen am Ende ran. Also Stand jetzt sind wir auf jeden Fall absoluter Underdog, wenn da noch vereinzelte Leute träumen. Ich glaube nicht mehr daran. Ja, also kann ich verstehen, auch das mit den Grundtugenden willst du immer sehen. Auch wenn du auf Platz 1 stehst, willst du Grundtugenden sehen. Wir wissen ja, wo wir herkommen. Wir spielen jetzt beide für unsere Verhältnisse wirklich gute Saisons, bis halt wirklich komplett wahnsinnige Saisons. Wie gesagt, bei dir mehr der Fokus auf den VfB, Beste Saison der Vereinsgeschichte. Das braucht ein paar Wochen, ein paar Saisons gefühlt, das zu raffen. Das ist so ein Ding, wo du dann irgendwann in drei Jahren drauf guckst und dir denkst, weißt du noch die Saison, natürlich nach Weiterentwicklung. Aber das ist schon was Besonderes. Und für euch, um Europa zu spielen, natürlich auch extrem, extrem cool. Habt ihr so ein paar Shootingstars, die du natürlich auch haben musst. Bei uns ja auch. Da hat sich quasi jeder entwickelt. Du hast vorne einen Undaf, der trifft wie sonst was. Und trotzdem noch so ein bisschen in den Schatten gestellt wird von einem Gerasi, weil der auch noch mehr trifft. Und dafür sind ja mehr der Tore und Scorer. Gerasi und vor allem natürlich die Tore. Magisches Dreieck vorne haben wir auch schon, also das magische Dreieck von damals auch übertroffen. Bobic, Elba, Balakow, auch das Trio mit den 50, 52 Toren oder sowas haben wir jetzt übertroffen. Da brauchst du sowas auch. Und da habt ihr unter anderem Jan Demirovic vorne drin, der sich perfekt einreiht. Ich glaube, Gerasi, Undaf, Demirovic sind genau die drei in der Reihenfolge, wenn du auf die Topscorer in der Bundesliga schaust. Ja, sag mal ein paar Worte zu ihm und dann eben auch das, was wir ja auch kennen als VfB. Dieses Gefühl von, kann man sich jemanden halten, kann man sich jemanden nicht halten. Bei uns ja auch, Gerasi, Undaf, kannst du jemanden kaufen? Kannst du jemanden abgeben finanziell? Wie sieht es da so ein bisschen aus für die nächste Saison? Und vielleicht auch so ein leichter Ausblick, auf was du dann darauf aufbauend quasi hoffst in Sachen Saisonziel nächstes Jahr? Ja, also über Demi Gerücht gab es ja auch, dass ihr mal zumindest interessiert wart. Da haben wir ein bisschen auf meinem Kanal gequatscht, will ich jetzt nicht mehr so viel dazu sagen. Aber Demirovic ist auf jeden Fall ein Lichtblick. Er hat den Scorer-Rekord auch gebrochen als Augsburger Bundesligaspieler. Da hat er sich schon verewigt. Er spielt eine unglaublich gute Saison im Großen und Ganzen. Er ist einfach vor der Box echt gefährlich. Also wenn man ihm da Raum gibt und ihn anspielt und findet, da hat er gefühlt einfach ein sehr gutes Raumgefühl. Ist auch jemand, der dann auch den gut positionierten Mitspieler findet. Der macht ja auch Assist. Er ist ein absoluter Teamspieler, auch gegen den Ball, kämpft viel, läuft an wie ein Verrückter. Also er hat, finde ich, was ihn halt auszeichnet, er hat nichts Überragendes in seinem Spiel. Aber er macht vieles überdurchschnittlich dann doch gut, so leicht über den Durchschnitt. Ich würde sagen, so eine 3-plus- bis 2-minus. Und das macht ihn halt so einen echt guten Bundesliga-Profi, weil er auf dem Thema Einstellung so einfach vorangeht. Und das zeichnet ihn aus. Er hat jetzt aber auch wie die Mannschaft so ein kleines Formtief, hat jetzt auch ein bisschen unglücklich mal im Abschluss gewirkt. Ist am Ende ja auch nur ein Mensch, alles ist in Ordnung. Er wird aber natürlich sehr heiß sein, weil, wie du sagst, es könnte durchaus sein, sein Marktwert ist ja explodiert, über 20 Millionen plus wird man für ihn kriegen, falls er den Verein verlässt. Dass er ein letztes Heimspiel ist, ist so einer haltbar. Das fragt sich wahrscheinlich gerade auch bei Grazie und Undaf etc. Und was kauft man den? Ganz schwierig. Ich sage, wenn man so eine Summe am Ende aus Augsburger Sicht für ihn kriegt, ist das ein absolutes Win-Win-Geschäft. A, man hat dem Spieler einen Karrierestritt ermöglicht, zu einem Verein, der wahrscheinlich dann international spielt. Das hat auch unser Sportdirektor gesagt. B, der FCA muss am Ende auch Einnahmen erzielen. Und mit Daru E von einem Umbruch stehen Spieler wie Urukai enorm wichtig, könnte den Verein verlassen. Vargas, Iago verlässt den Verein sicher. Das sind ja Topspieler. Der Mbavu, das ist unser Flügelverteidiger-Zange, von der ich vorhin gesprochen habe, das sind ja Topspieler des Vereins. Und irgendwo musst du ja auch Einnahmen erzielen, um da adäquat Ersatz zu holen. Sehe ich es momentan so, kriegst du für Demi so eine Summe. Solltest du ihn vielleicht dann auch ziehen lassen, auch wenn es weh tut und mein Bauchgefühl ist, dass er den Verein verlassen wird. Aber trotzdem eine überragende Geschichte. Wenn er am Ende bleibt, bin ich aber auch glücklich. Keine Frage. Dafür ist unser Kapital nun auch ein Aushängeschild mittlerweile des Vereins. Ja, da sind wir ja ähnlich gestrickt, sag ich mal. Auch ähnlich realistisch, weil wir immer draufklicken. Bei dir haben wir ja darüber gesprochen, was mit Undav Gerasi und so vielleicht geht. Wir sind ja beide nicht finanziell in der Form gesegnet, dass du einfach alles ablehnen kannst und sagen kannst, nö, die bleiben hier, die spielen hier gut und fertig. Das klappt einfach bei uns beiden nicht, weil wir eben auch in den letzten Jahren da rauskommen. Auch wir als Dritter spielen Champions League, aber die letzten Jahre, darfst du ja auch nicht vergessen, sind kein Champions-League-Stammgast, der so agieren kann. Ihr seid auch kein Europa-League-Stammgast oder Conference-League-Stammgast, der so agieren kann. Und auch in der Hinsicht mal, weil es bei uns natürlich auch über die Saison hinaus ein Thema wurde, hast du irgendwann gemerkt, jo, September, Oktober, boah, läuft echt gut. Ich glaube, September, jedes Spiel gewonnen. Anfangs oft weggemacht von wegen, ja, aber das Anfangsprogramm war auch verhältnismäßig einfach. Da musst du punkten für einen Abstiegskampf und hier und da. Und dann wurde irgendwann klar, boah, okay, vielleicht sogar Europa-League. Jetzt mittlerweile fest, klar, jo, Champions-League, das sogar auch aus eigener Hand, also den fünften Platz brauchen wir gar nicht, den Dortmund sich dann quasi selber erspielt hat über die Champions-League unter anderem. Und da war immer die Frage so ein bisschen, will man das schon? Viele haben auch so ein bisschen die Panik vor, oh, kommt Europa zu früh? Wie würdest du dazu stehen, wenn Augsburg dieses Jahr doch noch auf einen Conference-League-Euro-League-Platz kommt? Kommt das zu früh oder sagst du, wie ich auch so ein bisschen in dem Sinne von, ja, es kann von mir aus auch zu früh kommen. Aber wer sagt mir dann, dass die nächsten, wie bei uns jetzt zum Beispiel, haben wir 14 Jahre in die Champions League gespielt, wer sagt mir, dass wir die nächsten 14 Jahre nochmal Champions League spielen? Deswegen, sobald es kommt, nimmst du es einfach dankend mit und genießt das. Hier gibt es auf jeden Fall zwei Meinungen. Es gibt die einen, die das so sehen, die sagen, es kommt zu früh für den FCA. Absolut nachvollziehbar auch die Argumente. Also kann man einfach darüber diskutieren. Man versteht die Seite auch. Nur bin ich halt jemand und ich finde das Leben, das ist ja nicht nur Fußball. Hast du denn so eine Chance? Wie du sagst, es ist ja auch nicht garantiert und planbar, dass du das die nächsten Jahre wieder schaffst oder die Chance hast. Und am Ende ist Fußball ein Leistungssport, wo du das Maximum haben willst. Wenn du dich davor scheust und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sie uns nicht wollen. Es sah nur so ein bisschen aus, zwei Spiele und dass der Verein nicht will. Das wäre ja völliger Unfug zu sagen, man will nicht. Und vor allem, wenn du mal die Chance hast, wie wir, dass man hat ja jetzt nicht eine überragende Saison. Am Ende haben wir auch jetzt gerade 39 Punkte und steht halt da, weil das so ein Schneckenrennen im Mittelfeld ein bisschen ist. Die Oben sind weggezogen. Du hast ja eine einmalige Chance, das Augsburger Sicht, die du auch schon mal genutzt hast. Wir waren ja schon mal in der Euroleague, da was Außergewöhnliches zu schaffen. Und das wäre eine Sensation. Sogar Heidenheim als Aufsteiger ist da noch drin, nur als Beispiel zu nennen. Da musst du ja drüber nachdenken. Und dieses Märchen für Fans und Vereine, diese internationalen Spiele, selbst wenn es so Conference League ist, da wirst du ja nicht reichen in der Conference League oder Euroleague. Aber für die Fans, für den Verein, die Außenwirkungen, das wäre ein einmaliges Erlebnis. Und viele schreiben dann natürlich, ja, aber lass doch lieber darauf verzichten und den Trainer was aufbauen lassen. Aber wer sagt denn, wenn jetzt noch mal ein gutes Ja bleibt, dass der überhaupt noch in Augsburg bleibt? Ist der überhaupt dann haltbar? Der Kader, Fußball ist so dynamisch. Du kannst, so gut du planst, nicht alles planen. Wie im Leben. Es kommt immer was dazwischen. Und so sehe ich das im Fußball. Hast du eine verdammte Chance auf etwas, dann versuch das zu nutzen. Fertig aus. Was danach passiert, werden wir dann sehen. Und ja, ich verstehe aber auch, dass sich dann Leute vielleicht vereinzelt Sorgen machen. Dafür bin ich aber selber Sportler gewesen. Und das Leben gibt ja eine Chance, dann versuch sie zu nutzen. Fertig aus. Mickey Maus. Ja, finde ich eine sehr gute Einstellung. Und ich meine, die, die es so sehen, ist ja völlig in Ordnung. Haben wir, glaube ich, auch ein bisschen den neutraleren Blick dann vielleicht drauf und gucken eher darauf, was vielleicht schlechter laufen könnte. Bei uns war auch klar, und das fand ich auch von unseren Spielern immer so geil kommuniziert, natürlich will ich da hin. Also die haben es nicht an Spieltag 8 in den Mund genommen, aber sobald es immer klarer wurde, wurde ein wenig darauf geantwortet mit so einem grinsenden Gesicht. Aber da war klar, natürlich wollen wir da hin. Bayern geschlagen. Das Erste, was denen einfällt, ist zu sagen, yo, Platz 2, komm, auf, versuch mal nochmal. Das ist genau die richtige Einstellung. Bei uns ja auch, wie gesagt, vorhin angesprochen, 14 Jahre ist es her. Letztes Mal Europa League war irgendwann 2013 oder sowas. Ich glaube, Quali-Runde war 2013, wo sie quasi davor ausgeschieden sind, war ich auch dabei in einem halbleeren Stadion. Deswegen, das nimmt natürlich alles komplett mit. Und eben, es hilft natürlich auch für die Kader dann, um Leute da zu behalten, um Reize zu schaffen. Kann natürlich gleichzeitig Thema Champions-League-Falle natürlich auch problematisch werden, wenn dein Klub eben ein bisschen Quatsch baut. Aber das ist natürlich auch absolut witzig, diese Saison, wenn ich immer daran denke, was auch seit Jahren immer noch gesagt wird, diese 40-Punkte-Marke für den Klassenerhalt. Aktuell ist 40-Punkte-Marke Platz 8. Diese 40-Punkte-Marke kannst du, wir sind das beste Beispiel, eigentlich auf 34 Punkte runterheben. Letzte Saison waren es 33 Relegationen. Ja, davor waren 33 Punkte gleich der Klassenerhalt, die härter in die Relegation. Das musst du eigentlich 5, 6 Punkte runterschieben, das Ding. Und was da für Teams noch Chancen haben, Freiburg. Hoffenheim ist auch so ein Team, wo du irgendwie die Saison drauf guckst und dann wieder da siehst, jo, cool, ein Sieg aus 8 Spielen. Die hängt trotzdem auf Platz 8. Oder eben jetzt auch Heiden haben wir so angesprochen, wäre eine coole Story. Natürlich so ein bisschen auf Traditionsverein oder großer Verein, wie auch immer gesehen, ewige Tabelle und so Geschichten. Wäre natürlich so ein kleines Bremen-Comeback schön, europäische Nächte, Werderstadion und so was. Deswegen, das bleibt auf jeden Fall spannend. Und auch schön, dass du zumindest da, auch wenn es ein bisschen ein Qualitätsgefälle ist, aber dass du da eine Spannung drin hast in der Liga, ist auf jeden Fall sehr interessant. Champions League ist da quasi durch, Europa League auch. Vielleicht kannst du ja sogar Frankfurt als sechster Champions League spielen, so Geschichten. Also es ist eine sehr, sehr wilde Saison. Dann gerne mal dein Tipp noch zur Saison, bevor wir zum Spiel kommen. Glaubst du noch, dass ihr es packt oder glaubst du, ihr bleibt Richtung Platz 9? Europäisch zu spielen, meinst du? Also falls der achte Platz reicht oder wie? Genau, ob ihr noch da reinrutscht oder ob ihr einfach eine gute Saison mitnehmt, einsteiger Tabellenplatz und das passt. Das muss mir die Mannschaft jetzt zeigen, sage ich ganz ehrlich. Ist gut, ja. Es ist einfach, sie haben jetzt zwei schwierige Spiele, die Jungs, und sie haben sich jetzt ein bisschen was verbockt in den letzten Spielen. Auch bei den Fans geht es jetzt erst mal um die Einstellung. Euch kann man nur schlagen, wenn viel für uns läuft, ihr ein bisschen liegen lassen würdet und wir 120 Prozent Einstellung auf den Platz bringen. Wenn wir das schaffen, dann kann man natürlich darüber reden, am letzten Spiel da auch, wenn es gegen Leverkus geht. Auch die anderen müssen erst mal gewinnen. Aber aktuell, mit dem Stand, wo ich jetzt bin, sage ich, wir schaffen es nicht. Das habe ich ganz offen gesagt. Das haben die Jungs uns so ein bisschen uns einfach die Letztspiele gegeben, diese ein bisschen Enttäuschung. Aber es liegt an den Spielern. Dass das Stadion, dass die Stadt hinter ihnen steht für die Saison am Ende, wenn sie kämpfen und gegen euch verlieren, ist das auch in Ordnung. Aber es geht jetzt erst mal darum, für mich, also ich glaube, so sind es viele Fans, gar nicht über Europa zu quatschen, sondern wir müssen Fußball spielen. Wieder anfangen, wenn wir das machen, dann werden wir ja sehen, was nach dem Spiel gegen Stuttgart Sache ist. Wenn man gegen euch verliert, bleibt, sage ich hundertmal, das ist völlig normal, ihr seid ein Champions-League-Team. Aber wir wollen halt sehen, dass wir alles probiert haben. Und das habe ich bei den letzten Spielen halt einfach nicht gesehen. Und ich finde, dann musst du überhaupt nicht anfangen, über Europa zu reden, selbst wenn man aktuell eine Chance hat noch. Ja, das ist ja immer so, auch im Abschiedskampf schon, wenn du Top-Teams hattest gegen dich, ging mir auf die Art und Weise an, wie du verlierst. Oder die Art und Weise, wie du absteigst oder so. Dieses hat man jetzt auch schon ein paar Niederlagen dabei, natürlich nicht viele, wenn man da oben steht, aber da war jetzt auch quasi keine dabei, außer vielleicht in München, wo du komplett unterliegen warst, war keine dabei, wo du sagst danach, ja, die haben uns komplett hergespielt und hochverdient verloren. Es gibt immer ein besseres Gefühl, wenn du wirklich einfach eine Niederlage hast, aber sagen kannst, wir wurden jetzt nicht komplett, irgendwie, also es war jetzt keine Niederlage und irgendwie zwei Tore zu niedrig noch, so, das ist immer ein besseres Gefühl dann und ich meine, für Augsburg, Platz 9, Platz 10 wäre eine Top-Tabellensituation. Mal gucken, wer es da oben noch reinschafft und wie du es gesagt hast, die Jungs müssen motiviert sein, werden sie sein. Ich meine, wie viel mehr Motivation brauchst du oder brauchst du eigentlich ja so gesehen dann nicht, in ein Freitagabendspiel zu gehen, in ein letztes Heimspiel, Flutlicht, ich gehe mal sehr davon aus, dass es ausverkauft ist, beide Feldlager sind am Start, du spielst gegen uns als Top-Team, was immer noch komisch anfühlt, aber es ist ja so, du spielst gegen uns als Top-Team, es ist ja gefühlt wie, wenn die Bayern kommen aktuell, was ja Vogel wild ist, aber deswegen, da wird Motivation da sein, es wird interessant in Augsburg, für uns ist da auch nichts geschenkt, auch wir werden Leistung bringen müssen und ich mache es mal so, wie du es auf deinem Kanal gemacht hast, meinen Tipp kriegt er bei ihm und jetzt darfst du noch deinen Ergebnistipp für den Freitag abgeben. Ja, ich wünsche erstmal natürlich allen auch ein gutes Spiel, es ist ja letzten Endes, ja, so ein kleines schwäbische Derby, sagt man ja ab und zu, zumindest steht es überall so, ihr seid letzten Endes ja auch Baden-Württemberger, ihr habt KSC als Rivalen, wir haben die Löwner, aber trotzdem ist da eine gewisse Brisanz immer drin, man ist einfach regional nah beieinander, es ist einfach so, dementsprechend wird das da einfach auch diesen gewissen Charme Plus haben, wie du sagst, mehr Motivation für uns, es kann nicht gehen, wenn sie morgen, also am Freitag nicht das haben, verstehe ich es nicht, man will allgemein jedes Spiel gewinnen, erst recht so ein Spiel, es geht ja auch hier eigentlich noch um was und man will sich ja, wie gesagt, einfach ein bisschen die Fans zurückgewinnen nach der letzten zwei Auftritten. Für mich seid ihr, also ich gebe immer von der Momentaufnahme ab, Tipp ganz selten gegen uns, aber da die letzten Spiele es einfach so auch hergeben, du hast dir deinen Tipp abgegeben, für mich ist es leider Gottes auch durch einen späten Konter vom VfB dann 1 zu 3, ich glaube, dass unsere Jungs aber gutes Spiel machen, wenn sie das machen, viel fighten, das Spiel lange offen halten, glaube ich auch, die Spieler mit einem Applaus verabschiedet werden, aber es wird unabhängig des Ergebnisses viel auch auf den Kampf von unseren Jungs ankommen und ich bin auch der Letzte, der überrascht wäre, wenn wir am Flutlichtabend dann was mitnehmen gegen euch, das wird mich jetzt auch nicht überraschen, weil ich kenne unsere Mannschaft, wir können auch Top-Teams ärgern, ihr seid ein Top-Team mittlerweile und das haben wir auch oft genug geschafft, gerade BWK-Rena Flutlicht, das ist möglich, nur wenn ich tippen muss, ist es Wahrscheinlichkeit halt eher, dass ihr noch weiter Druck auf Bayern machen werdet, leider. Ja, und da gut, das ist auch ein perfektes Beispiel, Leverkusen wartet zu Hause sehr nah dran und da kann ich es ein bisschen darin überleiten, wir haben natürlich ein bisschen Frust durch das 2-2, auch wie es entstanden ist und sowas, aber ich habe vorhin schon angekündigt, was ich machen werde, jetzt mache ich es. Wenn es Bochum schon nicht schafft, dann bitte, keine Ahnung, ich weiß nicht, welcher Fußballgott ihr dafür braucht, aber gewinnt dann in Leverkusen, damit die hier nicht in der Saison ungeschlagen durchgehen. Wir brauchen nicht nur einen Fußballgott in Leverkusen, aber wie du gesagt hast, wir haben es auch in Augsburg ab 95 Minuten das Tor kassiert, das Gegentor. Ja, schwieriges Thema dieses Jahr gegen Bayern 04, aber wir werden natürlich unser Bestmögliches tun. Ja, gefühlt die Unschlagbahn. Und dann vielen Dank, dass du hier am Start warst, wie immer. Sehr gerne euch, wie gesagt, dann viel Erfolg für das letzte Spiel gegen Stuttgart. Von meiner Seite, aus Augsburger Sicht, ja, mehr kann man nicht sagen, glaubt, ihr hört es aus allen Richtungen. Komplett zu der Wahnsinnssaison, wir sehen uns nächstes Jahr safe, haben wir ja auf dem Kanal schon gesagt. Ja, das ist auch schön. Klassenerhalt haben wir beide geschafft, das ist ein bisschen früher. Und in dieser Hinsicht, Spieltage in Abstand, das hat auch kein Mensch kommen sehen. Ihr mit einigen Spieltagen Abstand, wahrscheinlich schon am 18. klar gemacht, gefühlt. Mental vielleicht, ja. Mental, ja. Und wir ja auch. Und von daher freue ich mich auch nächstes auf das Duell wieder. Dann schauen wir mal, in welche Richtung es für beide Teams geht. Ja, euch alles Gute und bis bald, ja. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ihr stellt jetzt dann in den Kommentaren ab mit euren Tipps, natürlich auch zu ihm rüber. Wir haben am Anfang schon gesagt, VfB-Fokus bei ihm, mein Tipp auch bei ihm. Dann würde ich immer gerne kostenlos Like und Abboter lassen, hilft uns allen, hilft ihm, hilft uns VfB Augsburg. Wir haben Bock aufs Spiel, bin auch am Start am Freitag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.